Und zum Schluss das Lindenplay Starter Set. Die Lindenstart ist eine universelle und hochwertige E-Zigarette, die durch hohe Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit überzeugt. Das Modell zeichnet sich durch eine elegante Linienführung sowie perfekte Verarbeitung aus. Im Gegensatz zu vergleichbaren Modellen erreicht die Lindenplay eine etwas höhere Leistung von insgesamt 30 Watt. Somit ist diese E-Zigarette für Einsteiger sowie für Fortgeschrittene geeignet. Mit insgesamt 1500 Stunden Ampere reicht der Akku für komplett einen Tag aus. Der Liquid Tank fasst 2 Milliliter und kann bequem über das Topfilling System gefüllt werden. Die E-Zigarette ist so konzipiert, dass sie dank des innovativen Airflow Control ganz individuell entsprechend der jeweils bevorzugten Dampftechnik eingestellt werden kann. Durch eine simple Drehbewegung am Tank stellst du entweder Backendampfer MTL oder Lungendampfer DL ein. Der Verdampfer ist mit zwei verschiedenen Verdampfercoils ausgestattet, wodurch normales Dampfen wie auch Subom-Dampfen ermöglicht wird. Im Lieferumfang sind zwei verschiedene Verdampferköpfe enthalten. Je nach Eigeninteresse kann mit den Verdampfern entweder normal oder Subom gedampft werden.